munitions geht einsteht einer warte mal ich mache hier richtig die drohungsdrohne die drohne mach du mal drohne ich glaube sie ein bisschen mit dem sens 5 die sichtempfindlichkeit der drohne können ein bisschen höher sein ja meine drohne ist gleich am arsch das ist ein flugzeug ich glaube das waren alle die drohne sehe ich nicht oder was ist jetzt die batterie ist leer man kann die nur eine begrenzte zeit oben halten ja das sind alle im haus ist auch keiner den nachschub markiert okay ich habe den headshot gegeben der hat auch jetzt gekriegt so noch zwei leute hast du gesehen wie ich den headshot gegeben ich habe schon erfahrungen hier mit watchdogs du fliegst wenn man abstürzt ist es nicht meine schade war das schon angenommen und wir kommen hier noch rein und jetzt noch markieren wir lassen die rebellen wissen wo sie den nachschub finden sie können uns später danken noch was auf diesem morgen ist eine coca pflanze hier noch ziemlich cool fertigkeits punkt warum dann jeden einzelnen ich meine wenn man doch einige macht dann wissen sie aha hier sehr viel nachschub wir sind noch ein team nein ich meine warum müssen wir jetzt jedes einzelne fasst mit zum sender versehen das ist doch ich weiß nicht wenn wir hier ein machen dann sehen sie aha hier ist nachschub dann müssen wir ein bisschen gucken wir sind halt zu faul nein ich kann sagen wie viele ist wie viele sender dass wir hier dabei haben kommst du mal und wohin dass das kaputt ich will nur kurz alles nachladen oder lädt da automatisch alles ein alter lädt automatisch alles nach geil dass wenn man munition aufnimmt hat mir direkt alle munition das war ich in den roter laufen soll ich meinen roter laufen sitzwechsel ich würde gerne das flugzeug so jetzt wird mir das fliegzeug nicht mehr angezeigt jetzt wird es mir nicht mehr angezeigt das ist brutal was muss der alles böses getan haben so jetzt versteckt lassen und stellt sicher dass die kokain lieferung die straße erreichen uns geht zu den leuten die eigentlich schützen soll schlimmer sein worum des schlugzeugs macht mir angst dass er so lange damit klar gekommen ich hoffe ich kann man alles abheben ist nicht schwer das problem ist dass wir landen die freut sich schon mal was sonn ja 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 nicht so nicht soweit ich will doch nur lenken mehr will ich nicht ey wieso kann man jetzt nicht first person machen das wäre voll geil verlassen wenn ich jetzt eh drück bin ich am Arsch ich weiß nicht ob wir falsche waren ja das weiß ich auch nicht ich runter gehen die Nase oben das Fliegen ist schon so ein bisschen anders als bei GTA noch ein Stück noch ein Stück noch ein Stück oh 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 da ist ein weiterer Landeanflug da da ist ja schon wichtiger ein Landeanflug da kann man so ein bisschen die Landschaft ein bisschen angucken voll schön ist aber was anderes als bei GTA ist ein bisschen mehr Wald und so ja ich würd gern lenken 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 nicht da ich zieh keine scheiß Maske auf wer redet denn hier alles also mir redet keiner hängt einer erzählt mir hier grad irgendwas von geschnarchen und ne Maske aufziehen da war ein Baum Baum Kühe Kühe Hau ab okay hat funktioniert du musst es nur noch richtig einparken ja warte warte wir sind hier fertig die Rebellen können ihren Nachschub später holen ich will mal in den Rotor laufen mach ne hallo ich will gern wenn es äh vermutlich direkt zu hallo mindestform Asterola meiner Bala Vista hier ich gehe aufs Lagerfeuer guck mir an in Battlefield würde ich jetzt brennen ach wir haben auch ein Fernglas das hab ich gar nicht gesehen stand doch am Anfang ey ich will das nicht markieren lass mich los da hab ich da hin kann ich jetzt wieder bei mir schwebt die Drohne hier einfach nur rum ja ich weiß wie kann ich ihn jetzt wieder einflappen oder wieder mit Y wie kann ich jetzt nicht markieren so der gute Bauer bringt seinen kühlen jeden morgen Ständchen und versorgt sie mit blaue Bohnen ne wir töten keine Tiere hier mhhh 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 m out mhhh 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 mns ich habe auch deswegen müssen dass er doppelt machen wenn ich zusammen in der mission wir nehmen wir den abschleppwagen will ich auch nicht da der traktor der ist doch gut ja genau kann ich einsteigen doch jetzt machen warum soll ich fahren wie in saints row nach radio radio aus talibanistische bauer hin schießen kann jeden morgen das feld kann auch nach hinten schießen ja es reicht ja auch wenn jetzt da vorne hier die feindlichen autos kommen und sind jetzt richtig am arsch ja so kann das hat nicht ich kann den scheiß fahrer schließen überfahren sagen wir mal das war jetzt aber gerade richtig was ich bin selber gerade fast tot aber wir müssen den truck einholen was schießt du da sowieso ein behinderter der zivilist ist voll in meine schussbahn gelaufen wo ist da denn einer da muss da noch einer aber wenn man sich aus dem auto lädt hat da hat man jetzt trotzdem kümmer und korn also wir müssen den verfolgen ja 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 ich mache ja gut das tut am auto das macht nichts das war doch schon wie ich das auto geklaut habe denn das exkludiert das kann man das jetzt mal das radio bitte aus es ist so nervig dass man das nicht generell ausmachen kann bitte liebe entwickler wenn ihr das hier seht machten aus ausknopf ok pass auf wie war das schalldämpfer mit f entfernen ja so jetzt jetzt geht es los mach sie schießt wieso machst du nichts bei mir machst du gar nichts ist aber gar nicht so leicht auch der reifen ist glaube ich kaputt ok der LV ist außer gefecht aber da kommen gleich noch Hintergrundräte gleich geschafft sollen wir den truck nach vorräten absuchen ja erstmal müssen wir das scheiß gerät anhalten würde ich sagen so ich gucke schon mal nach hinten sobald Marcel überholt alles klar sehen wir doch mal nach was der truck so für uns hat ja ja man mach den fahrer an oh du kannst nicht mehr schnell fahren mach den fahrer führte den fahrer hin die rebellen brauchen gute funkausrüstung wir können den laster plündern und mit katari teilen die halten aber schon ein bisschen mehr aus hochkonvois ich guck mal was da so und transportieren große mengen nachschub ramsi ein feindfahrzeug schön dass das alles weiter läuft hast du durchsucht in den autos hier ja alles gut ich hab keine munition mehr scheiße scheiße ich hab keine munition mehr ich hab keine munition mehr jetzt explodiert noch eine granate neben mir aber das macht mir ja nix weil ich bin ja schon tot warte ich muss den einen hier noch und dann das auto sieht gefährlich aus ja warte 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 das auto ist explodiert ich dachte das wäre schon im arsch was eskaliert denn jetzt hier alles ey guck mal überall sind diese lilanen fahrzeuge die sehen mich aber gerade nicht ich bin so im gestrub drin doch jetzt sehen sie mich jetzt brauchst du ein mg ey so richtig mg ja bapapapapam aber munitionskapazität bräuchte ich mal wirklich ich muss mal die skill punkte investieren für munitionskapazität dieses scheiß auto muss direkt neben mir explodieren wie wie ein cod oder so läufst du ein auto vorbei ist explodiert einfach ja ich bin gleich tot in 70 Sekunden bei mir stand noch einer tut mir leid im kampf getötet der erste mal aber wie viel denn wie viel das spiel jetzt auf uns drauf geschmissen hat wie viel gegner und wenn man dann noch nicht drauf eingespielt also noch nichts weiß was passiert jetzt dieses problem ist dass meine scheiß waffe keine munition mehr hatte und bis ich das gemerkt habe war es halt schon zu spät haben wir den jetzt gemacht die mission oder mich was ist die mission für einwalt voll geil hier guck mal hier hier so wie er so was weiß ich was suche plantage hallo wie geht es ihnen suche plantage das reicht gut da gehen wir da vorne hin und machen das mal das ist ja nicht wo du hinläufst dann laufe ich halt direkt dir hinterher sollte das mal markieren mach wir mal was du markierst was ich könnte dir direkt beitreten so ja Marcel ist halt immer der Anführer wie kann ich das wieder weg machen hm kann ich das wieder weg machen weiß ich nicht ja ich bin B du musst einfach irgendwo hinklicken aber wie einfach in der karte irgendwo hinklicken dann ist es weg ach so in der karte irgendwo hinklicken aha ja ok gut ne ja gut wir sollten hier auf der straße stehen na doch doch später so gucken wir mal was da so ab so wie die personen in GTA überfahren wo hast du sie beim geschütz so ich mach erstmal Schalldämpfer wieder auf die Waffe ich seh ne montierte Waffe ich lass mal die Drohne schneiden wir geben das nochmal ich hab das y immer y immer y ok guck mal alter hier ist ziemlich groß ich hab noch ein Tango aber ich seh hier niemanden muss ich mir so weit weg muss ich mir so weit weg kleine Gruppe Tango ist es bei den Einern ne Ziel Nummer 5 ich seh ne montierte Waffe gut das war's ich geh mal hier hoch ne mach du den da unten ich tule den da oben warte kurz Gegner getroffen aaaaah das ist ja geil toll ich kann doch nicht durch hier ich bin ernsthaft jetzt na die haben mich schon entdeckt ich versteck mich hinter dem Holzhausen hier ich versteck mich hinter dem Holzhausen hier toll nur weil ich da nicht drüber schießen konnte obwohl das sind sie gelüften Abschuss Kanate 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 Bitte was? Kanate Kanate Ja schön dass ich davon nix weiß ja toll jetzt werde ich ja es steht doch da ganz groß ich hab aber nix gesehen es scheint ganz groß oben zurückfallen ganz groß Tango ist tot und das macht drei das machen wir nicht Tango getroffen komm doch raus die na toll daneben 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 da hab ich ihn was ist der denn das ist doch Munitionsverschwendung wo sind die denn? alle tot ja mit jetzt jetzt hört man auch mal Fertigkeiten aus Granate nur wie grösig das Symbol ist an Granate ich hab ja nicht wenn ich es mal gesehen habe und weiß wie es aussieht warte mal nach ich bin verarscht Kevin Gegner am Boden Gegner am Boden okay dass wir oben gehen die haben mich wieder ist nicht so gut du wirst keine Granate halt dein Maul du wirst keine Granate du wirst keine Granate halt dein Maul wir werden das Viren schon wir haben gestern wie die aber das ach klar nein nicht dahin gehen aber da ist ein Gegner zack die droppen schon schnell ey die droppen mit zwei Schüssen ich weiß aber ich schieße nicht ich schieße viel zu viel zack er ist getroffen ich schieße aber mit der Sniper da habe ich einen guten Schuss jetzt ist Ruhe jetzt ist fertig irgendeiner labert hier die ganze Zeit was redet denn hier das wird so ein Radio wo ist denn jetzt los da sind auch welche auf jeden Fall da sind auch welche auf jeden Fall Tango getötet die Leute sind echt schnell tot jetzt soll er gesagt das ist alles clean ist was für ein Nobelhobel und da ist ein blutiges Kondom im Handschuhfach oh halt zwei blutige Kondome dann ist es wohl Judys und Politos Schlitten das ist selbst mit Kondom immer noch eine verdammt heiße Kiste ich habe das Narkogeprotze nie verstanden ein teurer Schlitten mit Krummfeigen und trotzdem fährst du damit durch genau dieselben staubigen Städte wie vorher auch du willst unbedingt so eine Karre habe ich recht schickes Auto schicker Anzug dieselbe Straße was noch Klimaanlage Könntest du jetzt mal bitte ja ist direkt alles nachgeladen sauber sie sind die ganze Zeit diese wir haben noch Informationen Alarmanlage ich habe hier noch irgendwie ein Schloss wird mir hier angezeigt ja bei mir auch ach das sind wir da Verbündete wir wollen die Leute für uns gewinnen renn weg renn weg renn weg ah hier hier kann man mal befreien hallo könnte er wieder raus hier ist aber noch hier ist noch grün wo ist das hier ist schon unser Typ das ist der Typ der da wegläuft naja gut warte ist das da ist noch was dann können wir noch was aufmachen also bis jetzt ist das Spiel im Funktionsumfang richtig rot muss ich sagen richtig viel ich habe bis jetzt auch noch keine Bugs gefunden dafür dass es eine Beta ist ja gut also dass man halt hier alles doppelt und dreifach nein sondern man muss wissen das jetzt ok bisschen oben ja ja gut das ja das sauber das muss man echt machen wenn einer den Nachschub markiert ja 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 und halt das das was geredet wird halt bei allen geredet wird nicht nur bei allen ja 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 auch noch also wenn man schon einen Koop macht dann richtig ja ist auch noch eine Beta also da wird bestimmt noch was geändert ja ja der macht hier Waffe so 15 Fertigkeiten habe ich was muss ich machen ich muss mal eine Drohne genau wie kann man die kommen wie kann man die nochmal leveln ja 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 ja